Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Tirolerabend mit integrierter Geiselnahme begrüßen. Herr Koschuh, wie lautet Ihr Name? Koschuh! Nein, der echte Name. Das ist mein echter Name. Haha, der Musterko-Schuh. Und so we wish a nice evening and a good entertainment from the bottoms of our hearts. And also from the hearts of our bottoms. Und dass man ja gerade auf die Idee kommt, die Polizei anzurufen. Holla, die Radio, holla Radio. Herr Ganslehmann, Polizei, wieder da. Ja, wer sonst? Pinguine im Skigebiet wären vielleicht etwas. Ja. Ne, meine These, die ist die, also der Ötzi, also der, der Öh. Ausholen wollte und zum ausländischen Leasing-Ski-Lehrer aus Thüringen ane duschen wollte. Alerta! 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 Turismo o muerta! Gut, also Herr Koshu, Geschlecht? Sollen Sie sagen, Sie waren angerannt oder was? Moment mal bitte, das gibt ein Vermerk im Geiselnamenformular. Herr Koshu verweigert bei der Geschlechtsangabe jegliche Kooperation. Gut, weiter. Was ist der Unterschied zwischen einem Ehemann und einem Obmann? Der Obmann kennt seine Stellvertreter. 1, 2, Polizei, 3, 4, Predator, 5, 6, alte Gigs, 7, 8, 9, 9, 10 Und man sagt auch noch, dass das Jodeln früher zur Verständigung gedient hat. Das ist sicher wieder so eine folkloristische Verklärung, die ich vernebeln soll, dass wir Tiroler schon vor Jahrhunderten gesaufen haben, bis sie uns grad nicht mehr verstanden hat. Tiroler zu sein, ist eine Gabe! Eine Tourismusabgabe! Wenn ich so in einem Baumstamm so ein Herz mit Initialen eingeritzt sehe, dann denke ich nicht, Ich bin erschüttert, wie viele Leute mit dem Messer zu einem Date gehen! Ich darf uns auf die Zeit davon, ich brauch sie! Wir müssen ab jetzt einfach alle an einem String ziehen! Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern! Bitte! Ja, logo ist das ein Tiroler Amt! Ja, glauben Sie, ich mach das freiwillig! Ouh! Uuh! Applaus Vielen Dank.